So, der Genasch-Patientin. Bist du wieder gleich losgehen? Ja, auch. Überhaupt nicht freundlich. Geht doch erstmal weg. Neidmännchen, ich muss jetzt einfach gucken bei euch. Ah, jetzt sind die aggressiv. Guck wie die stechen in den Handschuhen. Die sind schon fest in der dicken Haut. Oh, ist das brutal. Ja. Das bringt doch nichts. Geht sofort auf den Angriff. Das habe ich noch nie erlebt. So wie bei so einem Schaf hatte ich noch nie. Was ist das die afrikanische Pläne jetzt? Was hat denn alles dagegen gegeben? Wow. Ja. 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 Ich weiß, dass es euch überhaupt nicht gefällt, aber ich weiß, dass ich... Guck dir das an. Ich weiß nicht, dass ich das an. Also, hier sind wir drin. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.